naja würde ich auch so eine halbe plattform machen also dann muss jetzt nicht irgendwie kompletter kreis wieder drum gezogen werden ja hier habe ich schon aufgehört das heißt das wird sonnen die plattform umarmt den baum der drückte nicht der baum muss atmen weil wir strom sparen müssen ja gibt irgendwie noch was ja man kann dann irgendwie bücher schreiben dann müssen mal gucken ob wir für die helden der wildnis videos opfer dieses plug-in mit diesen postboten deaktivieren oder ob wir das vielleicht noch brauchen werden also weil ich glaube wenn man einmal ein buch geschrieben hat dann kann man den ja ja also theoretisch lohnt sich dann dieses briefplug nicht mehr so es sei gekommen nicht mit den büchern ja das glaube ich aber eher weniger weil das ist ja dann ein muss also man kann es ja dann nicht unbedingt abstellen ähm hast du noch dann schon briggs gerade ja immer rüber junge ja hier immer an so letztens ich habe nachts um mal wieder ein thema zu wechseln ich dachte jetzt kommt schon wieder barbecue pitten nein barbecue pitmasters aber gott sei dank ein anderes nein ich habe pulp fiction und der film beginnt tatsächlich ich habe den nie immer von anfang geguckt sondern ich habe das anfangszitat was kommt und zwar das ist ein auszug aus einem wörterbuch aus dem englischen was das wort pulp bedeutet und was bedeutet also fiction ist ja fiktion das heißt irgendwie so abfall müll dreck also das heißt eigentlich es geht nur um versaufte geschichten es geht eigentlich der film von quentin tarantino es ist ja so es gibt ein in deutschen supermärkten gibt es ja auch ähm wie heißt das zeug das dvd regal ich will jetzt vom thema film weg es gibt ein saft äh pfirsich saft und zwar heißt der ich weiß nicht die marke aber das ist wohl auch wieder so so lidl all die mäßig was ähm ach ich weiß was du meinst ja jetzt kommts also nektar und pulp das pulp bezieht sich dann wahrscheinlich auf fruchtfleisch äh mist so jetzt komme ich aber hoch ich muss jetzt gerade wieder zu dir fuhu finden so hier ist es übrigens ein schneebiom wir werden wahrscheinlich ähm demnächst auch hier auf echelon so ein ähm biom change plug-in installieren damit wir hier diesen scheiß schnee weg haben weil im dschungel tut uns das glaube ich nicht unbedingt äh ja das wird dann ich glaube hier sind wir dann in der taiga das wird dann auch hier die begrünung ein bisschen umfärben äh ist jetzt aus meiner sicht überhaupt nicht schlimm und kann mal mit leben ich hoffe ihr auch so weil ich noch ein crafting table im inventar packe ich mal hier ein rein ja immer schön ja mal acht meter alle acht meter ein crafting table stehen weil ich noch so viel fackeln habe knall ich fackel daneben also hier würde ich wieder habe dann eine häuslein reinbauen daniel guran daniel guran guran daniel guran daniel guran daniel so basti und jetzt kommt jetzt sag ich den echten namen sebastian wahl okay ich würde hier die die sie raus haben die wird aber nur ich bin leicht verhuset übrigens man hört schon seit äh ja sei seit ich hangar games da gespielt habe ich bin da dauernd am räuspern ähm es tut mir leid mein hals kratzt steinig dich ähm steinig dich das wird aber nur so ein mini häuschen ne ja ja so äh am besten auch wieder was mit zum pennen ähm am besten in dem stil äh wie wir es ach bevor wir irgendwann das muss ich erwähnen aber wir vergessen es bestimmt weil wir immer zwischendurch was anderes machen die blöden half stone ach half stone half wooden slabs auf dem anderen gebäude ich weiß mal bis hier die lassen einen höchstwahrscheinlich immer da auf der Decke ja das müssen wir ändern aber ich denke mal äh wenn wir dazu kommen äh es muss jetzt nicht unbedingt äh zwingend hier in dem letztes Bild kommen ähm weil wir müssen hier jetzt erstmal damit äh damit wir vorkommen die ganzen anderen Sachen machen weil hier oben ist das meiste sowieso gleich hell äh äh naja nicht unbedingt extrem ich fack mal in der Eintruhe beim beim Melonenfeld oder bei der Gründenfläche in die Truhen Melonsamen hast du welche mit oder was ich habe mir aus Melonenhälften oder wie diese Melon Slices habe ich mir Melonsamen gemacht du Schlingel ich 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 rabauke du rabauke du du böser böser Bube ähm diese Steinberandung ist das jetzt auch da wo die Mauer aufgebaut werden soll ja soll ich gucke aber erstmal ähm das Gebäude soll ungefähr so sein wie das andere Haus also auch mit den dunklen Brettern ich glaube da haben wir jetzt Redwood ja ja habe ich mit ja ich bin schon dabei jung also mit sehr herrlich ja voll herrlich okay warte dann sag ich mal eben kurz die untere Reihe sind noch Steine also quasi auf Kniehöhe musst du Stein machen ich gehe mal eben eine Runde schlafen ja ratze so ähm so ist wieder herrlich fällst du eigentlich davon dass der Dutchman Herrscher der Meere spielt dieses 97er DOS gelöhnt super geil es ist eigentlich ähm so vom ja also wenn man jetzt so vergleicht die PC Spiele oder allgemein die Games von früher und heute heute sind sie alle gleich nur bestechen dann immer mit Grafik und früher hatten die wenigstens noch äh richtig was zu bieten hast du deine Steine mit ich habe nämlich gar nichts mehr an Steinen ja ich habe nur noch knapp einen Stack Moment ja ich gebe dir was und hole dann wieder ähm ja ich finde gut dass der das so mega gut erklärt denn ich habe bei irgendeiner Folge ich glaube das war die erste habe ich komplett gesehen da hat er auch erklärt dass dieses Spiel das besticht vor allem dadurch dass das eigentlich immer pausiert ist und erst wenn du sagst äh Routen abfahren oder jetzt soll es weiter gehen dann geht die Spielzeit weiter bis irgendetwas passiert dann wird die Spielzeit gestoppt äh sowas gibt es ja heute alles nicht das sagt er auch selber ähm das hat mich irgendwie schon fasziniert weil ich wusste selber nicht dass es mal sowas gab man muss dafür aber auch ein bisschen Fan sein und ja es ist vielleicht ein kleines Manko bei der Aufnahme das liegt natürlich an der Auflösung des Spiels dass er das in so ein kleinen Fenster gepackt hat innerhalb des Videos ja das heißt hätte ich es schöner gefunden wenn er das äh kleine Bild größer gezogen hätte ähm ich weiß allerdings nicht äh inwiefern der das mit dem ich meine der nützt den äh Windows Live äh Movie Maker ich weiß nicht inwiefern das überhaupt möglich ist da das Bild zu stretchen ähm ist aber auch in diesem Fall eher egal weil es ist ein alter Retro Klassiker und an sich passt es ja auch immer die Frage ob das Bild dann aufgebläht wirkt oder ob es noch passt weil so pixelige Spiele ist natürlich immer ein bisschen ähm ja riskant das aufzublänen vor allem wenn es 5 zu 4 äh Bildschirmverhältnisse auf äh 16 zu 9 oder 16 zu 10 zu stretchen hier haben wir echt schnuggelisch gemacht jawohl schnuggelisch okay ist abgemacht also ich finde ähm persönlich finde ich auch so alte Games oder die so ein bisschen halt alt wirken und pixeliger jetzt wie auch Minecraft das ist ja jetzt nicht äh der Grafikrenner obwohl es extrem Ressourcen zieht ähm so Spiele die auf alt getrimmt sind oder halt in diesem Fall auch alt sind ähm die haben halt mehr Charme die haben die haben viel mehr Charme und ähm ich meine die Charaktere sind zwar alle hässlich wie sonst was so ein bisschen das Spielprinzip ist halt auch immer dann äh erfrischender als bei den neuen Games äh ich hab jetzt letztens zum Beispiel bei mir Mafia 2 installiert das weißt du ja und ähm das ist schön das ist cool aber äh du weißt ja sicherlich noch wo wir Mafia 1 gezockt haben äh wo es schon uralt war also wir haben Mafia 1 von ähm ich weiß gar nicht müssten eigentlich relativ viele von euch kennen zumindest schon von gehört haben wenn nicht halt von Teil 2 was ich jetzt letztens auch installiert hab ähm ich find Teil 1 vom Charme her ähm da hab ich mich schneller in ja so als Mafiosi gefühlt ne weil man da direkt äh ja so Mafia Leute halt auch als wie in Teil 2 ja und ähm bis jetzt also ich bin ja jetzt in Kapitel 4 schon ich weiß nicht wie viel Kapitel das Spiel hat aber ähm wenn ich jetzt Kapitel 5 ja Kapitel 5 Kapitel 4 hast du fertiggestellt ja auf jeden Fall ist ja auch egal wenn ich nach knapp 2 Stunden schon in Kapitel 4 bin ähm genauso wie bei Diablo 3 jetzt glaube ich ich kenne eine Menge Leute die waren irgendwie nach dem 15. Mai ist das ja erschienen die waren am nächsten Tag schon in Akt 3 oder so und ähm ja ich finde das geht teilweise zu schnell ähm ähm bei den alten Spielen ist das halt da hat man noch was vor sich da geht es noch richtig auf Story und Spielzeit und nicht auf Grafikpower und das finde ich in diesem Fall meistens sogar schöner als äh grafisch ein schönes Spiel zu haben ja ähm ich baue ihm mal eine Dirt-Treppe ja sollen wir gleich mal testen wie die Aufnahme sich verhält ob die vielleicht abgebrochen ist nein das ziehen wir jetzt durch okay ähm also wenn wenn sie noch läuft dann ist gut und wenn nicht dann full range ähm ja äh äh was gibt es denn sonst noch oh jetzt hast du da schon gebaut brauchst du mal ja ich bin aber die Ecke die kriege ich gerade nicht hier muss eh das Gedöns weg ja du musst da sowieso muss da noch ein Dach drauf gebaut werden ähm ich baue mal gerade eine Doppeltür du hattest hier eine Crafting-Table hier irgendwo hingesetzt ne ja ja rechts einfach um die Ecke rennen so bei mir ruckelt es gerade komischerweise aus irgendeinem Grund ähm ich bin so froh ich habe mir letztens einen Ventilator gegönnt der zwar jetzt nicht läuft weil er sonst ab und an ins Mikro blasen würde aber jetzt hat sich schon mal eine Zimmertemperatur von 40 Grad auf 39,7 runtergekühlt yeah das ist doch schon mal mega viel so ja ähm was könnte man denn sonst noch ansprechen um mal die Themenvielfalt eine Palette an höchst unterschiedlichen Themen anzubieten ähm ach so mir ist ja noch eingefallen das ist eigentlich ein uraltes Thema was aufkam als noch Map 1 von unserem Server online war ja und zwar kam irgendwann mal von jemandem die Frage auf ob wir T-Shirts ach so machen wollen ja und äh verkaufen wollen in so einem Shop äh fanden wir mega ich glaube das war ich weiß nicht mehr wer das war das war irgendjemand der hat ein Praktikum bei so einem T-Shirt Shop gemacht auf jeden Fall der hat uns irgendwie auf die Idee gebracht und eigentlich haben wir auch schon Motive und zwar die die auch eigentlich unseren Kanal beschmücken beziehungsweise einfach stumpf unsere 2D Gesichter wären ja auch Motive äh wir sind auch schon eigentlich wochenlang am gucken äh hätten auch eigentlich schon Anbieter nämlich Spreadshirt.de aber oder nett oder komm na auf jeden Fall das das Problem an den Grafiken ist dass sie halt rot, grün, blau also RGB Grafiken sind und T-Shirts werden in lass mich überlegen Y-C-M-K CMK also Yellow Magenta Zyran und Hobart Black Kubo Kar Kohle Kohle schwarz auf jeden Fall ist es so wenn man natürlich seine Bilder hochlädt dann kann ja jeder mal testen bei Spreadshirt das ist ja so da kann man sich die ja selber zusammenstellen ähm und wenn man das hochlädt dann sieht das ja genauso aus wie man es auf dem Bildschirm hat das Problem ist die Farbdrucker bei diesen T-Shirt Firmen das sind halt diese besagten ähm Y-C-Ding genau die anderen Geräte MC und die rechnen das um das heißt es gibt nicht alle Farben die im RGB Profil vorhanden sind und umgekehrt das heißt manche Farben sehen dann dunkler aus etc und besonders jetzt oder unterschiedliche Farben sehen gleich aus ich werde gerade angegriffen den schiege ich mal eben kurz über die Klippe über die Klippe äh Klippe egal ähm ich bauch hast du noch Redwood dabei? Redwood äh Wand ja ja ich kann ja die Hälfte mal geben ähm ja äh bau dann schon mal ich hole ein neues äh ich meine die Metars voll nein nimm es wieder mit ähm auf jeden Fall diese ähm diese Drucker die stellen dann halt oder wenn die das drucken dann sind halt manche Farben äh nicht gut zu unterscheiden und besonders jetzt sagen wir mal wenn man Goran sein Gesicht äh nehmen würde da sind teilweise so viel äh Farbverläufe drin obwohl es pixelig ist es soll ja pixelig aussehen das heißt sieht man ja auch an unserem Kanal äh Hintergrund ist wie so ein bisschen auf äh ja ich hab mir mal so ein Test T-Shirt gedruckt genau vor 1, 2, 3 Monaten es sieht es sieht gut aus aber es kann besser sein also die hellen Farbtöne sind super aber bei den dunklen Farbtönen es kommt auch äh auf den Untergrund an wenn ich zum Beispiel ich hatte es auf einem hellen ähm T-Shirt Stoff äh gedruckt und bei einem dunklen würde es wieder anders aussehen ja und naja und das also wir haben es auf jeden Fall irgendwann mal vor äh ja es kommt drauf an also diese Resonanz die kam ja früher da könnt ihr ja mal hier als Zuschauer mal überhaupt in in den Kommentaren schreiben ob ihr auch sowas haben wollt oder allgemein ob ihr das cool findet ähm weil ja wenn das heute keiner mehr haben will dann äh dann ist es also für uns reicht es halt wenn wir jetzt zum Beispiel äh demnächst irgendwie zum Beispiel auf die Gamescom gehen würden ähm dann würden uns für persönliche Gründe sozusagen solche T-Shirts reichen aber ähm dafür wollen wir es halt auch ein schönes ähm Printobjekt haben und nicht und möglichst viel Farben da rauskitzeln mit diesem Farbprofil und daher sind wir da die ganze Zeit auch am testen ähm was das alles geben kann ähm also wie wir die Grafiken so anpassen dass sie optimal auf den äh ja ausgedruckt werden können und auf die äh ja T-Shirts kommen oder was auch immer man sich da gerade haben äh basteln möchte ja und also wer überhaupt Interesse hat beziehungsweise ich glaube so ein T-Shirt kostet dann im Spreadshirt Shop äh lass mich nicht lügen 900 Euro keine Ahnung zwischen 12 und 18 Euro glaube ich ja vergleichsweise billig wenn man mal so bei den T-Shirt Shop billig heutigen Teenagern guckt die gehen alle bei äh hier Skate Shops äh für 80 Euro ein T-Shirt holen oder für 60 30 oder für 30 36 und äh ja mach ich ja auch hö 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 Vielen Dank.